Man gibt drei Naturessenzen hinein und das Gerät ist geliert dann. Ein altes Holzbett. Sieht gemütlich aus, aber ich habe definitiv keine Zeit. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Irgendeine Toppflanze. Hey, ich glaube diese Pflanzen sind giftig. Vielleicht kann mir die Pflanze noch nützlich sein. Ich glaube diese Pflanze noch nützlich sein. Irgendwie macht das richtig Spaß. Jeder Rummel sollte so ein Teil haben. Ach du meine Güte! Was ist das denn? Die Zukunft als apokalyptische Vision? Was ist nur passiert? Amageddon? Das jüngste Gericht? So wie es aussieht, haben sich die Pflanzen der Caponia als einzig resistente Wesen behauptet und sowohl die Menschheit als auch die Caponia besiegt. Das ist das Ende der Menschheit. Ich muss das unbedingt verhindern. Das hope ist das Wesen. Kombiniere Y-Dornförmigen Ast mit Haargummi. Für eine funktionstüchtige Zwille, sehr schön. Für eine funktionstüchtige Zwille. Alcino wieder. Mit etwas Glück und man... Ein kleines Steinchen sollte reichen. Jetzt hab ich's, glaube ich, weggeklickt. Tut mir leid. Tut keine Sorge. Dolly geht es gut. Sie ist... nur etwas traurig. Ich muss ja da mit Kindern noch zum Weinen bringen. Aber sonst geht's leider nicht weiter. Musik 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 K殊 D Abends Nämen Eien die nicht mehr in Gefahr bringen, kann ich das Aquarium als Auffangverhältnis verwenden. Los geht's! Na, hoffentlich explodiert das jetzt nicht. Dumm-di-dum-di-dum. Oh, es scheint sich etwas zu tun. Sehr gut, es hat geklappt. In meinem Aquarium befindet sich nun ein giftgrünes Destillat. Okay, ich fülle es um. Mal sehen, ob ich das hinbekomme, ohne zu kleckern. Voila! So. Ja, ich bin auch ein bisschen traurig, dass die Kleine jetzt am Heulen ist. Immer wieder spaßig. Rock'n'Roll! Rock'n'Roll, ja. Ganz schön stickig unter der Maske. Ich werde sie wieder abnehmen. Ich glaube, der gerne ist gemeint. Ich glaube nicht, dass ich ihn aufheitern kann. Herr Landschaftspfleger, vielleicht habe ich hier etwas für Sie, dass Sie etwas aufmuntern könnte. Und was wäre? Es ist Zaymour, eine kuschelweiche Stoffpuppe zum Liebhaben. Ich tausche sie gegen ihre Schaufel ein. Danke, mein Freund. Das ist so lieb von dir. Und wieder habe ich einen Menschen glücklich gemacht. Endlich. Der Spaten ist mein. Immer wieder spaßig. Rock'n'Roll. Rock'n'Roll. Und ab dafür. Rock'n'Roll. Und wieder spaßig. 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 Hallo, Chef! Ene, mene, muh, äh, mit Abzählreimen komme ich hier wohl nicht weiter. Ene, mene, muh, äh, mit Abzählreimen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich sollte das lieber verbergen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ölige, dreckige, stinkende Lappen sind eigentlich immer nützlich Das habe ich bei Tooltime gesehen Man umwickelt ein glitschiges Werkzeug mit einem trockenen Tuch, um mehr Grip zu bekommen Keine Schraube wird nunmehr vor mir sicher sein Ich glaube, ich sollte vorher lieber die Maske abziehen Bis dahin T액 In Untertitelung des ZDF, 2020